So, jetzt gebe ich dem Steve Kröger für seinen Unternehmer-Podcast das Interview. Der macht nur Ton, das ist ganz gut, Ton über Zoom und das heißt, ich muss mir einfach nur hier einen Ohrstecker reinmachen, brauche kein Video laufen lassen und kann hier das Mikro rein sprechen. Man muss als Unternehmer zwei Sachen verstehen, erstens mal wird sich nie jemand so sehr anstrengen für dein Unternehmen wie du selber, andersrum wäre es unnatürlich, dann machst du was falsch und zweiter Punkt ist, Leute können auch nie in den Strukturen denken, in denen du denkst, du denkst übergeordnet, du hast das Baby gezeugt, du hast das ganze Ding gemacht und getan und da stecken deine Gedanken drin und du kannst von niemandem auf der Welt verlangen, dass der das komplett versteht. Und deswegen wird es immer diese Kommunikations- oder diese Missverständnisse zwischen Unternehmer und Mitarbeiter geben, dass wenn der Unternehmer etwas sagt, setzt er dabei automatisch gewisse Dinge voraus. Darf er aber nicht, weil der Unternehmer denkt übergeordnet und der Angestellte denkt sozusagen mikroökonomisch, also der denkt nur auf seinem Schreibtisch und der sieht nicht die ganzen Zusammenhänge, die vor der Tür passieren. Und deswegen habe ich da einfach auch eine Toleranz, eine ganz starke Toleranz sogar entwickelt, gegenüber einfach Missverständnissen, Unfähigkeiten, Fehlern und so weiter. Ausdruck Ausdruck Vielen Dank.